Miguel hat in seinem Zelt immer seinen Schlagsack aufgenommen. Wie meinen? Ich will mich beobachtet. Nein, ich werde ein Foto schießen, aber ich warte auf den richtigen Moment. Wenn du mir keinen richtigen gibst, dann fress dich so langweilig aus. Mach mal was! Ich überlege, warte mal. Komm, schieb mal eine richtig heftige Grimasse an. Was ist denn? Ja, Mann. Ja, Mann, los. Das ist das Coolste. Das ist das Allercoolste. Das kennen wir schon. Mach doch mal, Mann. Ja, war gut. Machen wir noch einen. Ach komm. Bist du drauf? Nee, Mann. Ich habe nicht abgerückt. Du musst noch was machen. Aber Anja kann das gut sein? Treffen Sie ihn? Los, komm Anja. Kannst du doch noch besser, oder? Na los, ey. Anja, du bist doch Schauspielerin, oder? Ich brauche einen Partner. Ach komm, los, ihr beide zusammen. Verbündet. Was machen wir für eine Fresse? Das kollektive Fressentieger. Erstmal eine Fresse, als wenn ihr richtig krass schreien würdet. Aber du musst auf das Bild, ich seh euch nicht. Okay. Alles klar, hab ich drauf. Warte mal, jetzt muss noch eine Fresse kommen. Das ist eine Aggro-Fresse, eine Aggro-Fresse. Ne, man wirft ja mal... Eine richtige, aggressive Fresse. Komm schon, kannst du sowas? Ich hab noch nie eine aggressive Fresse von Flo gesehen. So, das gibt mir eine richtig aggressive Fresse. Und die musst du halten, sonst kann ich kein Foto schießen, Mann. Ich kann jetzt nicht aggressiv sein, Mann. Guck doch mal aggressiv, Mann. Ich muss lachen, Alter. Guck aggressiv, Mann! Ich lande und guck aggressiv. Ich kann ja auch noch ein bisschen... Huh, huh, huh. Guck mal. Guck mal. Huh, huh, huh. Huh, 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 huh. Alles klar. Ja, Mann. Vielen Dank.